Willkommen zurück zu Borderlands the Pre-Sequel, ich bin der Fero Bo und ich habe ja gerade mal ein bisschen ausgetastet, es gab wegen dem, äh, weil ich jetzt mit Fraps aufnehme Ich muss sagen, bis jetzt sehen die Aufnahme sogar besser aus, finde ich Was natürlich jetzt nicht schlecht ist, aber... hm... Hätte ich erstmal vorher gewusst, ne? Aber Fraps ist halt ein bisschen umständig, weil dort dann immer so einen Minuten Parts raus, dann muss ich mich erstmal halt durchwühlen Ähm, schauen wir mal eben in die Mission, was haben wir denn hier für Mission? Wir haben die Hauptmission, wir können aber hier noch machen... Was haben wir hier? Ach ja, hier müssen wir Waffen abgeben, hätten wir eigentlich mal machen können, na egal Fragen nicht immer einfach... Modifizierte... Machen wir einfach mal das Äh, wo muss ich denn da hin? Erledigt was mit Modifizierten Lasern, äh, ja, aber hier ist irgendwie nichts angezeigt Deswegen bin ich gerade noch ein bisschen hart los, wir gehen einfach hier hin Hier haben wir noch die Olle So, ich behaupte ja immer noch, dass es Tiny Tina ist heute Ja, mach wir hier lang, okay Hopf, und los geht's So, wir sind hier, wo müssen wir hin? Wir sind einfach falsch, oder was? Tatsache, äh Na gut Na gut Ja, ja, jetzt wird ins Wacko Das ist auch Vorsicht, Atmosphäre, äh Wir nehmen wieder Raketen Wir haben neue Form bekommen, cool Nehmen wir die Tarnung Fahrzeug spawnen, und... Rein hier Ich hab auch gesehen, es gibt noch ein weiteres Fahrzeug später Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf Juhu Wo sind die Gegner? Ein bisschen beliebig keine Gegner treffen Da kommen sie schon nämlich Oh Daher gibt's noch das Geschütz Das machen wir eben kaputt Und bumm, der Lady X Und bumm, der Lady X Muss ja auch noch hin, das weiß ich Das Spontakt 1 Aber noch sind sie uns nicht so gefährlich Ich schalte einfach weiter drauf, bumm Ich muss eigentlich noch eins kommen, mein ich Oder zwar nicht War eigentlich immer vier oder so Sag ich doch Erledigt Juhu Ja, weiter geht's Ja, ich muss wie gesagt wieder einen gewinnen Timer anzustellen Das hab ich jetzt immer noch nicht gemacht Aber hoppala Ja Gut, erledigt Der kotzt sich hier schön aus Erledigen wir dich noch So, wir müssen hier irgendwie lang Oh, ich hab ja Regaten Mit Fraps anscheinend Ist doch anspruchsvoller Ich hab hier grad nicht Framonbrüche gehabt Eieiei Impressant Was ist mit neu? Wieso? Wir werden geschossen in Hilfe Man könnte den Baggi nicht da rauf fahren Egal Achja, äh Ich wollte jetzt grad irgendwie ja wie Bei COD spielen Okay Äh Hallo Hüpf Mal bitte Jetzt fehlen Haben wir Sauerstoff und wir müssen hier hin anscheinend Juts Äh, hier waren wir Haben wir hier schon was aufgedeckt? Ich weiß es gar nicht Obst du da auf Karte drücken? Ja, wir haben hier schon ein bisschen was gemacht anscheinend Okay Ach ja stimmt, ich erinnere mich Muss aufpassen, genau das Tja, such dir deine eigenen Das hier ist schon vergeben Alles klar Okay Ich bin mal gespannt wie die Shotgun jetzt ist Ich bin natürlich immer auf dem Haarkampf Alter, die schießt mit Kürbissen Boom 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 Boah, alter Schilder, die ist ja okay Okay Natürlich hat die Daumen auch nicht Alter, wieder ein Blutnis Boom Hält der Schwede Also machen wir uns selber dann mega Schaden, wie ihr seht Da sind ja Waffensinn auch zusammen, ein bisschen neben Boom Die Waffe ist echt OP Ups Das war ein bisschen fail Äh scheiße, ja da sind wir Au Die haben es wieder selber weh gemacht, aber Krasse Die Waffe holt ja ordentlich rein Krass Hätte ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin So, dann heben wir jetzt mal die Waffe nämlich auf Für die Dingsumse, für die eine Mission hier Kann man das Ja, die Shotgun, die können wir gebrauchen Stimmt, ich wollte ja auch nochmal Die haben wir jetzt ausprobiert Äh, wir wechseln jetzt mal zu Der hier Ich will die nämlich ausprobieren Was machen wir jetzt hier weiter Und hier zieht ein Laser Ist das der hier Ah, müssen wir den anscheinend benutzen Oh gut, benutzen wir erstmal den hier Hier sollten auch noch Gegner auftauchen Nehmen wir erstmal den, weil wir die Dämonition vielleicht noch brauchen werden Das war ziemlich grausig Ziemlich grausig Ziemlich grausig Wo bist du da? Die haben auch kaum Muni, äh, Muni Erfahrung, ne? Wir sind die gerade mal in Level 8 Wir sind die schon nach dem Ende in Level 8 Boom Äh, warum hat der da auf mich geschossen? Ich hab gehört, dass du hartnäckig bist Sogar wenn du eins auf die Finger kriegst Alter Nun, ich hab eine besondere Überraschung für dich Was ist das für eine besondere Überraschung? Na ja, was war einer? Ach Wir sind hier Wir sind hier Wir sind hier Hier ist einer Komm No Skull Ist hier noch einer Was kommt noch einer Hoppala Bist du nicht mehr so bad-assig, was? Bad-assig Wo ist er? Der Mondstein gehört mir Okay Wir sind hier auch noch mit Wir sind hier auch noch mit So, jetzt wechseln wir mal zur Waffe Okay, geht Ein Feuerdinger zu So, dann gucken wir doch mal jetzt Und dann geht's Ja, bitte Entschuldigung Äh Was soll ich von diesem verrückten Universum halten? Ich hab Captain Scott nichts von meinem kleinen Alien-Freund erzählt Das Geld ist knapper denn je und Emily ist Haut und Knochen, obwohl Nina ihr Bestes tut Dann, letzte Nacht, nach Zapfenstreich erschien es Direkt über mir Ich hätte mich fast selbst putzen müssen Es sagte nur 6 Worte Sie wird leben Verlass diesen Mond Hat das jemand gesehen? Irgendwie, äh, weiß nicht genau was ich jetzt will Äh, kann ich nicht machen, wenn ich schwimmen kann Äh So So, Nachboden Jetzt schauen wir doch einfach mal eben Aha Ah, T-Dingangstisch Oh, okay Dann reicht ein guter Schlag und sie zerspringen Probier's mal, wenn du dich traust Ich finde geil, wahrscheinlich mal hier was hier so ist Sieht ja auch interessant aus Nix Weil ich jetzt immerhin mal was ich machen muss Ich weiß ja nicht, was da so viele Dinger sind So, dann gehen wir hier runter, nämlich Und, äh, hier haben wir hier die Datei Also, und jetzt geh nah rein und hau den Tork 1 rein, damit er zerspringt Wo sind wir denn alle? Oh, aber noch nicht Alke Schweden Wo sind die Drecksfiecher? Kommt her So zerschmettert man sie Jetzt bist du nicht mehr so frech, was Thor? Bist du frech? Gut Gut Wenn ich das kaputthauke, geht dann natürlich, wenn ich das nicht ackeln Ich möchte ja so damit immer koppelt machen So, hier alles aufsammeln Jetzt 6 von 15 haben wir schon mal Ja, noch ein bisschen Leben Ja, noch so ein Ding Okay Ah, hier liegt ja auch noch was Ein Skin Oh, cool Ich glaube wir haben vorhin auch noch ein Skin bekommen Wir müssen jetzt... Nein, noch nicht Okay, Skin freigeschalten Alles klar Wir gucken noch hier ein bisschen um Aber hier ist nichts mehr wie es scheint Doch, hier ist noch was Dabei kommt kein Vieh raus Alles klar, müssen wir weiter da hinten anscheinend suchen Okay, erstmal hier Bisschen Sauerstoff Was haben wir hier? Noch ein bisschen Sauerstoff Das war aber noch nicht gerade Da haben wir hier Shotgun Die haben wir aber auch können wir gebrauchen Und hier hinten haben wir wieder die tolle Kiste Hoffnung ist nichts mehr... Ja, tolle Kiste Warte, warte, diesmal nicht Na gut Was soll's So, wir laufen hier lang So, tanken wir eben Sauerstoff Haben wir auch hier einen Speicherpunkt Äh, schauen wir eben auf die Karte Okay, müssen... Können wir nämlich hier einfach noch ein bisschen was entdecken Wie ich mal das behaupten Wechseln wir schweigen die Waffe Okay, hier sind wieder Gegner Anscheinend ich habe um die Tür gehört Bisschen und zwar verfreundet Ja, ich weiß, ich weiß nicht Bisschen und zwar verfreundet Hallo Hallo Komm Dann komm doch her Was ist das? Okay Da oben ist einer Jetzt nicht mehr Hier ist noch einer Hallo Oh, hat's überlebt Oh Steinchen Steinchen sind wichtig Na dann gehen wir weiter Ja ja, ich weiß, Missionswaffe Da sieht auch noch ein bisschen aus aus, wenn es solche Fische KWB KWB Hallo Achtung Da kommt ein Badass Was ist denn Um Oh, das ist ja der Elektro Oh Mann, ich komme nicht mehr Okay Okay Erledigt Hi Was ist noch einer? Wie viele kommen denn hier? Ist aber mal gut, oder? Mal das einsammeln hier Fällt hier jetzt ein paar Anlagen oder so? Das ist noch mal ein Standchen, cool Schauen wir hier mal rein Vielleicht gibt es noch ein bisschen Money Schauen wir nicht Das sind schon mal coole Effekte, finde ich Dass die Türen so wegfliegen und so weiter Aber das habe ich ja glaube ich schon mal genannt, sacht So, okay Schauen wir hier mal rein Wir brauchen alles nix, doch das kann man brauchen Was haben wir hier? Ein Schalter Aha, wo geht's dir hier lang? Ach, hier kommt auch noch runter, okay Alles klar Fahren wieder hoch Hui Liftchen fahren, Liftchen fahren, dann gehen wir hier lang Kann schon mal auf die Missionswaffe wechseln wieder Ja, guck ich mal Ja, kommen wir noch mit dem Bann schauen Vielleicht geht's wieder ein bisschen Geld auf jeden Fall So, so, so Äh, das war's auch Ja, da müssen wir noch von diesen Talkies paar Dinge erledigen Wieder was entdeckt Wir sitzen aus der Karte Scheint ja nicht sehr groß sein Die Gegend hier, da sind Gegner Sie haben mich aber noch nicht gesehen Ah, so viel dazu, sie haben mich doch gesehen Du musst schneller machen, sonst taut der wieder auf Los, schieß nochmal Ja, 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 ja Okay, hinter uns da noch In der Luft eingefahren, guck Erledigt Wie, äh, ja, ja Erledigt Erledigt Nicht getroffen, ne Erledigt So Gut, nur zwei Stück brauchen wir Bitte kommt euch an die Köln Ach so, den Juni hat das Köln So, mit nehm Habe ich eingefahren Habe ich eingefahren So, erledigt Und noch einen Alles viel gut Kammerjäger Komm vorbei Ich hab da noch ne tolle Idee Ebenso konstruktiv wie destruktiv Und ich hab ne Belohnung für die So, dann gehen wir bei mir drauf Dann kann ich die jetzt nämlich weg tun Und probier jetzt einfach mal Äh, wo haben wir sie denn, wo haben wir sie denn Wo ist unsere super duper Das war so, ja, das war so Ich will das ganze schießen und zerkloppen Wo ist sie denn Bam Wow Was ist denn da einer Oh, der macht die Schaden Alter Schwede Was sind denn die Ich werf einfach mal Granaten Oh, das ist ne Königin Okay Alter Schwede, Alter Schwede Hier, ich mach nochmal ne Granate Äh, noch nicht Wer wollte, die haben erledigt Ich treff das kleine Scheißviele nicht So, jetzt aber Hier ist ja noch abgeschlossen Cool, dann kriegen wir hier noch eben alles Ich bin voll oder was? Scheiße Wo ist das? Na gut, dann schmeißen wir mal eben Den Schrott, den wir nicht brauchen Zum Beispiel sowas hier einfach weg Nehmen wir uns dafür, dass wir mit So, eben Nachladen Was bist du denn für einer? Ja Moment, ich krieg's nochmal die Waffe Ähm Zu dieser tollen Halloween Boom Da hab ich ihn aber zerstückelt Zerstückelt, ne schön Erledigt So Ah, komm mal wieder Erledigt So Jut, jut, jut Hier geht's auch nicht weiter, ne Jetzt haben wir noch ein Gegner Brauchst wir nochmal die Waffe Jut Ich weiß gar nicht wie lange die Folge jetzt wieder wird Ne, brauch ich nicht Eine Granate, die kann ich ja gebrauchen Äh, okay Interessant Dann kloppen wir halt jetzt weiter die ganze Zeit auf das Spiel ein Und nochmal, wir haben erledigt Und es flieeeeg Davon Mal hier rein Okay, dann nicht Äh, jut Wir schauen mal hier Sollen wir hier noch irgendeine Missung, glaub ich, zu erledigen, oder? Schauen wir mal hier Die Karte, ja, hier müssen wir noch was erledigen Jut, dann würde ich erstmal sagen, machen wir an der Stelle einen Cut Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, haute rein, ciao!